Herzlich willkommen beim Motorradmagazin zum Vergleich von drei der vier stärksten Reiseenduros am Markt. Eine fehlt, kurz nachdenken, ja, die Harley Panamerica, die ist leider noch nicht da, aber den Test findet ihr natürlich schon auf unserem Kanal und dann auch im neuen Heft, das in Kürze erscheint. Wir versuchen uns heute sehr, sehr kurz zu halten, sehr kompakt. Im Heft gibt es dann einen, glaube ich, zwölf- oder vierzehnseitigen Vergleichstest. Die Multistrada V4 und die 1290 Super Adventure müssen sich mit dem Uhrmeter der Reiseenduros messen. Und ob sie die Königin stürzen können oder nicht und welche vorne ist, das erfahrt ihr gleich. Willkommen zurück. Der Platzhirsch muss sich heute dem Vergleich stellen. Angetrieben vom 1254 Kubik großen Boxermotor, 136 PS, 143 Newtonmeter Drehmoment. Das Ganze trifft auf 249 Kilo vollgetankt, Sitzhöhe 850 beziehungsweise 870 Millimeter. Ihr seht es, ich bin 1,80, da sitzt es jetzt unten und ich habe einen sehr guten, sicheren Stand, niedrigen Schwerpunkt. Zwei Besonderheiten der GS. Sie hat das höchste Drehmoment aller Reiseenduros und das merkt man auch. Und das Zweite, sie hat überraschenderweise den niedrigsten Einstiegspreis, 19.250 Euro. Dass man eventuell noch ein paar Extras brauchen könnte, steht natürlich auch außer Frage. Und das ist die ganz, ganz neue Herausforderin, die neue Ducati Multistrada V4 mit dem Gran Turismo V4 Motor. Der hat einen Hubbahn von 1158 Kubik und leistet 170 PS, maximales Drehmoment 125 Newtonmeter. Das Ganze bei einem Gewicht von 244 Kilo vollgetankt, Sitzhöhe 840 beziehungsweise 860. Ich sitze hier noch ein bisschen tiefer drin als auf der GS. Zwei Besonderheiten der Multi. Sie ist die stärkste Reiseenduro aller Zeiten. Und sie hat zusätzlich zum Abstandstempomaten hier noch den toter Winkelassistent, der mich vor Fahrzeugen im gefürchteten toten Winkel warnt. Grundpreis 21,695 Euro. Aber dabei bleibt es leider nicht. Unsere Version, so wie sie hier steht, kostet sogar über 29.000 Euro. Unter anderem mit dem elektronischen Fahrwerk. Die einzige Reiseenduro, die ready to race ist, zumindest wenn es nach Matikhofen geht. Angetrieben vom 1301 Kubik großen V2. 160 PS Spitzenleistung, 138 Newtonmeter Spitzendrehmoment. Bei einem Gewicht vollgetankt von 245 Kilo. Sitzhöhe 849 natürlich, beziehungsweise 869. Das Sitz ist jetzt unten. Ich tue mir trotzdem ein bisschen schwerer, weil sie einfach hier breiter baut, einen breiteren Sitz hat. Dadurch wird der Schrittbogen länger. Zwei Besonderheiten. Sie hat serienmäßig schon den Abstandstempomaten verbaut. Und beim ebenfalls serienmäßigen elektronischen Fahrwerk gibt es eine Ant-Detail-Funktion, die nicht jeder mag. Das muss man dann für sich erfahren. Das vorne die Gabel einfach steif bleibt beim harten Anbremsen. Preis 21.349 Euro. Bis zum nächsten Mal. So, wir haben es gerade off-camera gehört. Jetzt geht das Jammern auf höchstem Niveau los. Das beginnt bei den Motoren, bei den Antrieben, die alle sensationell sind. Trotzdem gibt es natürlich Unterschiede in den Präferenzen. Und da beginnen wir beim sportlichst ausgerichteten Motorradmagazin-Redakteur, beim Clemo. Was sagt dir am meisten zu dieser drei Reaktoren? Wenn es ums rein Motorische geht, ist der KTM-Antrieb schon, finde ich, sehr schwer zu schlagen. Was den Druck betrifft, wenn ich jetzt quasi mir die Landstraße als Supermotostrecke vorstelle, dann möchte ich am liebsten mit der KTM unterwegs sein. Das ist sie allerdings selten, die Landstraße. Aus diesem Grunde ist halt dann doch ein sehr guter Kompromiss die Ducati, die ein bisschen feinere Manieren für mich an den Tag legt, die halt weniger anstrengend zu fahren ist auf lange Distanzen. Aber leider muss man auch sagen, dass auch der BMW-Motor seine nicht wegzudiskutierbaren Vorteile hat. Nämlich, dass es im Gelände einfach der Antrieb ist, der am meisten Drehmoment zur Verfügung stellt, wo ich am wenigsten schalten muss. Also es kommt halt wirklich für mich sehr stark auf den Einsatzbereich an. Fahre ich einfach eine Tour hier im Alpenvorland, dann ist man sicher mit der KTM oder mit der Ducati sehr gut bedient. Aber wenn ich jetzt auf Weltreise gehen müsste und dann halt auch damit rechnet, dass ich einmal irgendwelche Geländepassagen zu fahren habe, dann wäre es für mich eindeutig die BMW. Da macht man sich das Leben halt am leichter. Mehr der Genussfahrer als Schädenredakteur. Schönlaub. Da hat dir wahrscheinlich eine diametrale Meinung, wie ist dir gegangen? Was taugt dir am meisten? Na, ist gar nicht so diametral. Also ich sage, für mich extrem faszinierend ist der Motor von der KTM. Das ist unglaublich, wie der anschiebt und was der trotzdem für super Manieren hat, für so einen großen Zweizylinder. 1301, Hubraum, du hast das sicher schon erwähnt, oder? Du kennst alle Zahlen auswendig. Also das ist unfassbar, wie fein dieser Motor ist. Also es ist echt traumhaft. Die anderen Motoren sind auch super. Der Ducati, der V4 ist seitig. Das ist traumhaft, das ist wunderschön. Hat manchmal so ein bisschen kleine Aussetzer zwischendurch. Ich bin jetzt einmal draufgekommen, also das sind so ein paar kleine Diebenartigkeiten der Italienerin. Braucht man jetzt nicht allzu sehr auf die Waagschale legen. Den BMW-Motor kennen wir alle. Das ist natürlich ein Bullen. Ein Drehmoment von unten ist großartig. Aber da stört mich zunehmend, dass der Motor so laute Einlassgeräusche hat. Also so eine, ich sage jetzt einmal, Pseudosportlichkeit vortäuscht. Das ist ganz lustig, wenn man einmal eine Basshöhe rauffährt und anschraubt und man hört den Sound. Aber man hört ihn halt immer. Und wenn man jetzt konstant mit 140 auf der Autobahn fährt, hörst du den Sound auch. Und das nervt mich halt gewaltig. Also das muss nicht sein. Da zeigen die anderen beiden, dass das eigentlich viel besser geht. Die haben nämlich auch einen super Sound, wenn man die Drossenklappen aufreißt. Also wenn man richtig sportlich fährt. Aber wenn man dann da hingleitet, dann beheligen die anderen zwei Bikes einen mit störenden Soundkulissen. Also das ist was, wo ich sagen würde, da müsste jetzt BMW schon langsam ein bisschen dran arbeiten an diesem Konzept. An dieser Stelle möchte ich euch beiden und auch euch Ohrenstöpsel ans Herz legen. Ich fahre immer mit Ohrenstöpseln. Mich stört das dann weniger. Dann wird das Brummen unterdrückt. Deswegen hörst du nie auf das, was man dir sagt. Ja, das ist das Problem. Aber wir haben da aus Amerika eh, glaube ich, die, die am meisten dämpfen. Und dadurch stört mich das weniger. Den Boxermotor kenne ich sicher am besten. Ich bin, glaube ich, kein Motor in den letzten 15 Jahren öfter gefahren als die GS. Das gilt, glaube ich, fast für jeden Redakteur. Das ist unglaublich. Das ist immer oft der Lastesel, weil halt Koffer verbaut sind und so weiter. Und ich bin begeistert nach wie vor, wie das aus einer Spitzkehre kommt mit diesem Drehmoment. Aber Ducati hat heuer für mich einen neuen Benchmark vielleicht gesetzt mit dem Gran Turismo V4 Motor. Mit dem, finde ich, auch der Schalterautomat am feinsten funktioniert. KTM auch. Aber da war am Anfang auf das erste Testvideo, was wir natürlich auch online haben, ein paar Anmerkungen, dass man dann trotzdem keine Chance hat aus der Ecke, also aus wirklich langsamen Ecken gegen die BMW. Der Motor dreht so schnell und so gut hoch, genauso wie der vor KTM. Da gibt es eigentlich keinen Nachteil. Und man kann sogar wirklich mit tiefen Touren aus der engen Kehre kommen und da ruckelt nichts mehr. Und das ist einfach ein Traum. Also es ist ein echtes Gusto-Stück, finde ich. Und das hat mit dem alten, mit der alten Multistrada nichts mehr zu tun. Also unbedingt fahren, weil wer die alte kennt, kennt die neue nicht. Genau, dieses Motorrad hat mich total bekehrt, weil ich war, gebe ich ganz ehrlich zu, in den letzten Jahren kein großer Multistrada-Fan. Ich habe immer gefunden, in der Klasse ist es ein bisschen zu räudig, ein bisschen zu unharmonisch. Und das ist komplett wie weggeblasen. Also der neue Antrieb, der V4, der tut dem Motorrad so gut, das glaubt man gar nicht. Also ich bin jetzt ein großer Multistrada-Fan geworden. Der nächste Thema knüpfen wir gleich an beim Motor und gehen wir rüber zur Fahrdynamik. Da sind sie sich auch deutlich unterschiedlich. Und da fange ich jetzt einmal links an bei dir, Peter. Du fährst die Multistrada ja, glaube ich, das ganze Jahr. Wirst noch viele Meter machen. Ja, wie schaut es jetzt aus in diesem Dreiervergleich? Also, im Punkt der Fahrdynamik ist absolut die Multistrada mein Liebling. Also wir reden jetzt da wirklich, muss man nur einmal sagen, das ist jetzt kein Schmäh, extrem hohes Niveau. Alle drei Motorräder fahrdynamisch. Unglaublich. Also wenn man jetzt den Sprung macht, zehn Jahre nach hinten blickt, wie die Reise-Enduros damals gefahren sind. Das ist sowas von nicht vergleichbar. Also großartig jedes von den dreien. Aber was mir halt extrem gut gefällt im Punkt der Fahrdynamik ist, wie leichtfüßig die Multistrada ist. Und wie neutral sie einlenkt. Also das ist so schön zu fahren, so schön zu dirigieren. Ganz präzise für mich und dabei vergleichsweise mühelos. Also das ist ja trotzdem immer noch ein großes, immer noch schweres Motorrad. Und wie schön das das fährt, wie mühelos. Und trotzdem hat er aber auch den Fahrkomfort dabei. Also das ist wirklich fantastisch. Also wie gesagt, fahrdynamisch sind alle drei ein Hammer. Aber die Multistrada für mich ist dann noch das Alzerl mehr. Ja, dem möchte ich mich anschließen. Ich war ja letztes Jahr, Ende letzten Jahres, glaube ich, noch auf der Multistrada-Präsentation. Auch bei 5 Grad, so ähnlich wie heute. Und danach, ein paar Monate später, bei der Super Adventure. Und da merkt man, wie schwer es ist, einen Vergleich zu ziehen, wenn so viel Zeit dazwischen ist. Weil beide haben mich begeistert. Aber heute, beim direkten Umstieg, da ist das echt noch ein bisschen feiner. Es hat einen breiteren Motor. Die Ergonomie kommt mir natürlich auch ein bisschen mehr entgegen. Ich fahre dann die engen Kurven stark mit Drücken, mache viel über den Lenker. Und das funktioniert einfach mit der Ducati viel besser. Und dazu eben noch der ein bisschen feinere Motor. Das hat auch eine Eleganz. Also wie gesagt, die alte war auch mehr der Traktor. Das war ruppig und rau. Und ich habe mir gedacht, oje, jetzt eine neue Multi. Aber das ist ein neues. Mich wundert, dass wir es nicht umbenannt haben. Wirklich, weil es so anders ist. Und die Frage ist, schließt du dich dieser Meinung auch an? Ich fürchte, ich kann da jetzt auch keine großartigen neuen Aspekte noch dazu bringen. Vielleicht gibt es noch zu sagen, dass die KTM von meinem Gefühl her einfach ein bisschen mehr auf weitere Radien oder höhere Geschwindigkeit ausgelegt ist. Weil ich wirklich finde, dass die GS und die Multistrada sich deutlich agiler anfühlen. Und dann auch wenn man fährt, man hat das Gefühl, die Motorräte sind ein bisschen leichter und ein bisschen agiler. Liegt vielleicht auch daran, dass bei der KTM eben ein sehr breiter Knieschluss im Vergleich zu den anderen zwei Fahrzeugen vorzufinden ist. Und ja, ich müsste mich also entscheiden zwischen Ducati und BMW. Und da ist für mich dann doch die Ducati das rundere Fahrzeug, das auch ein bisschen fahrpräziser ist vom Fahrwerk und von der Lenkung. Ich habe bei der BMW, obwohl sie wirklich sehr angenehm zu fahren ist, erinnert mich irgendwie so an einen Dieselbetriebenen Renault. Es ist alles ein bisschen weich, es ist alles ein bisschen Gummi, sehr elastisch, einfach zu fahren. Aber wenn es dann wirklich um Fahrdynamik und Fahrspaß geht, ist da halt weniger Transparenz da als bei der Multistrada. Ja, sie sollen aber nicht nur schnell und dynamisch sein, die Reise-Enduros, sondern für die Reise natürlich auch entsprechend komfortabel. Da beginne jetzt vielleicht ich und da muss ich sagen, ich weiß nicht, ob man die GS jemals schlagen kann auf diesem Gebiet. Und ich habe auch schon einige Male, wo ich vor die Wahl gestellt wurde vom BMW, mit welchem Fahrzeug ich anreisen möchte, zum Beispiel zu den BMW DS, immer die GS genommen. Also die habe ich sogar der RD und einmal sogar einem Auto vorgezogen, weil das so schön ist, das fährt so gut. Und wir haben, glaube ich, auch einen weicheren Sitz auf der jetzt montiert, muss man sagen, vermuten wir. Und das Ding schwebt so über die Straße. Eins haben wir leider festgestellt beim ESA, dass in der Einstellung Road das Ganze dann fast so ein bisschen zu schaukelig war. Speziell, wenn man in so Rinden gekommen ist. Aber das dann eben, wenn man es ein bisschen schneller angeht, aber auf der Autobahn, das gleitet dahin, hat einen super Windschutz, finde ich. Einen besseren als bei der KTM, haben wir schon festgestellt. Bei der KTM kommt auf der Seite so ein bisschen ein Zug auf den Körper, das darf man auch nicht vergessen. Am Helm gut, aber vielleicht da um die Brust nicht. Und es ist einfach schön, es ist unvergleichlich, finde ich, mit einer GS viele Kilometer zu fahren. Also wenn es jetzt sagen würde, ich müsste jetzt nach München, dann würde ich sofort die GS nehmen. Naja, gut, es ist wirklich ein Klassiker. Es ist nicht umsonst das bestverkaufte Motorrad seit Jahren, nicht nur in der Klasse, sondern generell bei uns in Österreich. Also es ist ein wunderbares Reisebike, muss man sagen. Alles, was du jetzt gesagt hast, kann man unterschreiben. Es ist nur wirklich, also dieser eine Punkt mit der Lautstärke vom Einlassgeräusch, das ist etwas, was mich einfach zunehmend nervt. Und ich finde, das ist wirklich nicht notwendig. Und da lässt BMW ein paar Punkte liegen, auf meiner persönlichen Beliebtheitsskala. Also das muss man schon sagen. Was wieder wettmacht, auch beim Thema Reisen natürlich ein Punkt, niedrigster Spritverbrauch im Vergleich. Das heißt, wir haben auch eine wirklich schöne Reichweite mit dem Motorrad. Das kennt man ja alles von der GS. Natürlich sehr abhängig vom Fahrstil, aber da kannst du wirklich extrem viel rausholen aus dem Spritfass. Und etwas, was auch noch dazu kommt, ist, dass die App-Connectivity da, die mit Abstand beste und sinnvollste fürs Reisen ist. Weil man kann nämlich in die App auch GPX-Routen importieren. Weil wer macht schon eine große Routenplanung am Smartphone? Also das ist ein bisschen ein Masochismus. Aber man kann also zu Hause die Routen planen auf einem Lieblingstool seiner Wahl am Computer. Kann dann das GPX exportieren, in die Routen-App importieren und dann aufrufen am Motorrad und sich die Route ansagen lassen. Also das ist halt schon ein kleiner Vorteil, dass man gegenüber den anderen beiden hat. Also fürs Reisen, das stimmt mit der kleinen Einschränkung, ja, doch die Nummer 1. Clemo, du hast normalerweise Naked Bikes mit 150 PS Plus in der Garage. Aber hast vorher auch schon angemerkt, der Komfort wird auch ein bisschen wichtiger bei der ZH2 zum Beispiel. Welche der drei hat jetzt den meisten Komfort für dich geboten? Also am besten sitzen und die größte Bequemlichkeit auf langen Strecken hätte ich auf der Ducati Multistrada. Die hat für mich da die GS schon ein bisschen überholt. Eben auch, weil der Motor halt einfach ein bisschen feiner ist. Eben wie der Peter schon gesagt hat, nicht so laut dröhnt. Da fühle ich mich einfach auf der Ducati auf langweiligen der Hingerolle auf jeden Fall wohler. Was man allerdings nicht von der Hand weisen kann, ist diese App-Connectivity. Das finde ich extrem praktisch bei der BMW, dass man da einen GPX-File importieren kann. Und was für mich persönlich ein bisschen eine Schwäche an der Ducati ist, ist die nicht ganz intuitive Menüführung. Also ich bin kein großer Freund vom Cockpit-Instrument. Da muss man sich wirklich damit auseinandersetzen, muss es auswendig lernen. Das funktioniert zwar bestimmt, aber trotzdem denke ich mir, man könnte es ja einfach einfacher machen, dann würde es jeder auf Anhieb verstehen. Es gibt da noch ein paar kleine Kritikpunkte, die wir gefunden haben im Umgang. Das werdet ihr aber alles im Heft lesen. Das verraten wir euch jetzt natürlich noch nicht. Was die Bedienung auch angeht und diese kleinen Fächer, die hier teilweise drauf sind. Aber wie gesagt, alles können wir im Video nicht verraten. Vielleicht zum Abschluss noch ganz kurz, dass jeder seine Favoritin kürt. Auch hier fange ich an. Und ich würde sagen, was die Transparenz betrifft, ist die KTM immer noch vorne. Beim Auto spricht man von einem Drivers Car zum Beispiel, also ein Lotus Elise oder so. Und da das Riders Bike ist für mich immer noch die KTM. Das komfortabelste, wie gesagt, die BMW, mit der würde ich auch 1000 Kilometer am Stück fahren. Aber für mich echt, die neue Benchmark ist die Ducati. Das ist insgesamt ein so geiles Bike. Und das als Reise-Enduro, so scharf und leider auch sehr teuer, das ist für mich die neue Nummer 1. Bei dir? Weil für mich das Thema Reise wirklich mit Offroad verbunden ist. Weil wenn ich eine große Reise nach Spanien oder Frankreich mache, dann möchte ich auch die Feldwege und Schotterstraßen nicht auslassen. Und aus dem Grund schweren Herzens, obwohl mich die Ducati wirklich sehr beeindruckt und die KTM sehr viel Spaß macht, würde ich mich für die GS entscheiden. Weil halt einfach hier der niedrige Schwerpunkt durch den Boxermotor nach wie vor unschlagbar ist. Das große Drehmoment im Gelände. Da legst du den dritten Gang ein, fährst jede Schotterstraße wie auf dem Automatikmodus hinauf. Hast immer das Gefühl, auch wenn es einmal ein Stück gibt, wo du ein bisschen balancieren musst, dass du ein leichtes Motorrad hast. Obwohl alle wirklich in meinen Augen sehr schwer sind. Also umfallen sollte sie einem im Gelände vielleicht auch nicht. Auch da wäre allerdings dann die BMW vorzuziehen, weil halt der Boxer ein bisschen hilft. Dadurch, dass das Motorrad nicht komplett umfällt, sondern man kann es dann leichter vom Boxer wieder hochhiefen. Also Reisewertung GS. So, jetzt bist du noch dran, Peter. Also ich muss sagen, es wäre wirklich jetzt das allererste Mal, dass ein Super Adventure wirklich für mich ein Reisebike und wirklich auch ein Wunschreisebike wäre. Weil die Verbesserungen sind so enorm. Also vor allem im Fahrkomfort, aber auch vom Motor her. Es ist wirklich grandios. Aber die Konkurrenz, es ist hart. Es ist wirklich, wie ihr seht, es sind wirklich super, super tolle Bikes. Ich tendiere eigentlich zum Multistrada. Ich muss sagen, also für mich hat die Multistrada jetzt eigentlich auch die GS abgelöst. Es gibt zwei Punkte, die mich wirklich an der Multistrada sehr stören. Das eine ist der Preis. Also es ist halt wirklich sauteuer, muss man sagen. Der zweite Punkt ist der hohe Verbrauch. Das ist absolut nicht mehr zeitgemäß. Also das ist wirklich, man hat die gleichen, so wie wir fahren, die gleichen Fahrleistungen, aber man verbraucht, ja, um die zwei Liter mehr. Also das ist dann schon heftig. Das stört mich. Da würde ich mir wünschen, dass das verbessert wird. Ansonsten wäre ich fast wunschlos glücklich mit der Multistrada. Und die GS ist halt der Klassiker, da kann man nichts falsch machen. Also das ist halt wirklich schwierig. Ganz schwierig. Du wärst nicht nur wunschlos glücklich, sondern du bist es, weil du kannst jetzt die ganze Saison fahren. Und über die Multi werde ich noch sehr viel lesen. Und da ist es ganz wichtig, das Heft zu kaufen, weil dann zum Beispiel auch das Dauertestabschlussresümee erst nächstes Jahr kommt. Also sehr spät als Video. Und das könnt ihr im Heft halt alle schon vorher erfahren, was wir so während der Saison rausfinden. Und deshalb würden wir uns wünschen, dass ihr uns erstens einen Daumen hoch schenkt und zweitens das Heft abonniert. Das könnt ihr aber auch online lesen. Und falls ihr eine Ausgabe versäumt habt, zum Beispiel mit diesem Vergleichstest, könnt ihr diese auch nachbestellen. Und zu guter Letzt natürlich auch den YouTube-Kanal abonnieren. So, wir fahren jetzt dann die letzten Meter und freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss. 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 Tschüss.